Anfangen möchte ich mit der Sitzgarnitur Matschmiki der Firma Pinolino. Ich habe hier eigentlich einen Artikel mit einer 2 in 1 Funktion. Die erste Funktion ist sich auf eine normale Sitzgarnitur, wo sich die Kinder während der Grillfeier zum Beispiel draufsetzen können. Wenn gegrillt wird, können die Eltern hier die Tischplatte abnehmen. Die Kinder können sich Sand und oder Wasser in die Schüsseln einfüllen. Da gehen circa vier Liter rein, also ausreichend genügend zum Spielen. Wenn das Essen dann fertig ist, kann ich das Ganze wieder schließen und die Kinder können am Tisch essen. Material ist Fichtenholz.